so hallo und herzlich willkommen schön dass ihr da seid ich habe ein riesengroßes paket von pegasus bekommen mit ganz ganz vielen neuheiten die noch nicht im regulären verkauf sind die teilweise erst zum spiel dann auch regulär erscheinen werden damit ich euch ja schon vorher zeigen kann haben sie mir da eine kleine auswahl geschickt unter anderem auch die deluxe version von robinson crusoe und das abenteuer buch das heißt alle leute die das gebackt haben oder sonst irgendwie vorgestellt haben werden das auch bekommen das wird noch ein bisschen dauern bis die große auswählung startet verlage bekommen immer so eine handvoll vorab exemplare die auch einfach dann richtig aussehen original verpackt sind und damit ihr eben wisst was da wirklich bei euch ankommt werden wir jetzt einfach mal live und uncut also schon mit einem kleinen cut hier gleich wenn ich den cut irgendwo finde reingucken und dann ich habe mich ja gut weg getan aber das kriegen wir auch so auf wisst ihr einfach was ihr da bekommt und worauf ihr euch freuen könnt und wir gucken mal ich habe auch meinen robinson crusoe ja praktischerweise gerade verlost ich hatte auch irgendwie im kopf dass das hier nur eine so ein deluxe upgrade pack ist aber es ist einfach das ganze spiel in der deluxe version und da gucken wir doch jetzt einfach mal rein was wir da so bekommen also jetzt der spannende erste blick und zwar machen wir die schachtel einfach mal auf ein expertenspiel einem ist vier personen 10 plus von ignaci trevicek auch ein spiel das ja super viele leute überhaupt erst ins brett spiel hobby gebracht hat weil das so der große start war man gesehen hat hast du noch mehr siedler was eigentlich ein wunder ist bei dem doch sehr komplexen spielverlauf und genau wir sehen eine anleitung die sieht auf den ersten blick erstmal sehr ähnlich aus zur original anleitung da wurden bestimmt ein paar sachen vom wording her verbessert würde ich jetzt einfach mal annehmen aber die anleitung an sich sieht erst mal ähnlich aus zu der alten wobei ich habe die jetzt nicht so super oft studiert aber das kommt mir vom ganzen aufbau und allem her sehr bekannt vor wurde auch schon in der deutschen version verbessert im vergleich zur internationalen version und wenn wir auf jeden fall irgendwie auf den tisch bekommen da ist floh ja auch ganz 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 großer fan davon hier sind noch varianten für ein leichteres spiel ein schwieriges spiel sieg nach punkten eine zufällige strandgut karte und dann sind hier auch gleich noch mal ein paar szenarien erklärt da werden einige wichtige aspekte erklärt weiß ob das im originalspiel auch schon der fall war es sind auch wieder sechs szenarien mit der familie robin und king kong das ist neu das gab es im alten standard spiel nicht ein paar besondere karteneffekte miniaturen haben wir jetzt noch dabei 16 charakter miniaturen eine freitagminiatur ein hundminiatur acht ausführliche charakterringe und dann gucken wir doch mal was wir weit haben wir haben hier eine einführungskampagne und dafür die anleitung entwickelt von johanna kuju janka genau hier bekommt man dafür vielleicht einen leichteren zugang wo gesagt ok ihr könnt hier irgendwie dieses deutlich kleineres szenario spielen und das ist natürlich super gut wenn man auch für gleich hier dann erstmal nur die regeln das weiß ich nicht das muss vielleicht vorne stehen ist für zwei personen ausgelegt wir empfehlen euch also dieser einführungskampagne soll euch dabei helfen, Robinson Crusoe kennenzulernen, indem sie alle Spielelemente und Mechaniken schrittweise einführt. Anders als die Szenarien im Spiel, die jeweils in der eigenen Geschichte zählen, erlebt ihr in dieser Kampagne vier aufbauende Szenarien. Das finde ich super gut, weil das wird wahrscheinlich wirklich so sein, dass man halt in kürzeren Szenarien dann einfach die grundsätzlichen Regeln entdecken, Ressourcen, Wetter, Tiere jagen und sowas geboten bekommt und dann darüber halt so nach und nach die ganzen Regeln lernt und wir dann hoffentlich, ich sage, alles nur Mutmaßung gerade, das ist halt ein Unboxing-Video, das wir quasi als Referenzhandbuch benutzen können, nachdem wir dann hier die ganzen Geschichten gelernt haben. Dann haben wir hier das Einführungsszenario 2, Spielübersicht, Aktionsplanung, Durchführung, Einführungsszenario 3, wo dann einfach noch mehr Regeln dazu kommen. Hier wird auch immer unten gesagt, lest die Einleitung, dass die Szenarien suchen nach Antworten im Szenario bucht, lest dann diese Anleitung weiter. Also es gibt ja ein Heft, wo einfach sehr, sehr viele Szenarien drin sind. Und ja, das finde ich als absoluter Casual Robinson Crusoe Spieler schon mal ziemlich gut. Veteranen werden das jetzt nicht brauchen, aber hier hat man dann auch erst die Wetterphase, ist natürlich gut, um den Einstieg leichter zu machen. Ich hoffe, dass es nicht nur in der Deluxe Version drin sein wird, sondern auch in allen weiteren Kampagnen. So, dann haben wir hier die Einführungskampagne, das Szenario Buch. Auch hier wird es wahrscheinlich so sein, dass wir im Heft spielen. Genau, hier werden dann wahrscheinlich die Teile hingelegt. Also könnte ich mir vorstellen, das könnte ein bisschen klein sein. Was natürlich super gut wäre, wenn man einfach direkt hier alles spielen würde. Hier jetzt, ja eigentlich, eigentlich. Hier kann man Karten hinlegen. Hoffen wir einfach mal, dass es so ist. Willkommen auf Tamatoa. Wie steht der Wind? Dann haben wir hier die Suche nach Antworten und hier auch schon bestimmte Gegenstände. Die Rundenleiste, spezielle Aktionen, Piratenwissen, Beherrscht den Nebel und dann sind wir auch schon durch. Also das schon mal super gut, wie ich finde. Bringt auch vielleicht mich sogar mal wieder zum Spielen von Robinson Crusoe. Dann haben wir hier Sticker. Wir lieben alle Sticker. Wir hassen es, wenn die Sachen schon einfach screenprinted sind und man nicht irgendwie doofes Sticker hat, die eben nur wieder abgehen und doof aussehen. Also Sticker super toll. Dann haben wir hier noch mal die richtigen Szenarien drin. Wie sage ich, meiner Meinung nach war King Kong ein Bonus-Szenario, dass es auch mehr wie wie die Schatzkiste gab und dass es hier direkt dabei ist. Ansonsten haben wir die klassischen Szenarien. Szenario 1 Schiffbrüchig, Jenny braucht Hilfe, Insel der Kannibalen und auf der Rückseite jeweils noch die anderen Szenarien. Familie Robinson, Vulkaninsel und die Verfluchte Insel. Es gibt ja noch viel, 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 viel mehr Szenarien für Robinson Crusoe. Da kommen wir später zu. Und hier haben wir auch nur eins. Das ist natürlich schade. Verschenkte Chance. Man hätte einfach noch ein Szenario hier auf die Rückseite drucken können. Aber gut, das hat man jetzt nicht im Blick. Dann habe ich hier einmal das Punch-Board, die Spielplan-Teile, die müssten. Wir prüfen das jetzt hier mal gleich. Da. Wunderbar. Passt drauf. Man kann direkt im Buch spielen. Und zack. Das heißt, das sind auch so die bekannten Marker. Das ist jetzt noch nicht Deluxe. Auch mal gucken, was da noch so kommt. Auch das kennen wir schon. Und ich gehe auch mal fast davon aus, dass an Robinson Crusoe vielleicht bei Inszenarien ein bisschen das Wording angepasst wurde, wenn es da irgendwie Unklarheiten gab. Und dann sehen wir jetzt hier schon die Miniaturen. Und dazu wechsle ich einfach diese Kamera hier. Und dann gucken wir uns die mal ein bisschen aus der Nähe an. Und zwar haben wir hier einfach verschiedene Charaktere. Es gibt ja auch irgendwie anscheinend zweimal. Das hier wird irgendwie die Zimmerfrau sein. Zimmermann. Mit der Säge. Wobei da jetzt nicht hier holen. Hier haben wir dann den Hund als Miniatur. Wenn hier der Hund ist, gehe ich mal davon aus, dass nebenan direkt Freitag ist, der auf der Insel war. Und ja, ansonsten, wie wir sehen, gibt es einfach alle Miniaturen in doppelter Ausführung. Da wird mir jetzt bestimmt gleich mein Chat schreiben können, warum das so ist. Ich glaube nicht nur, wenn man sie unterschiedlich anmalen kann. Und es ist ja auch immer Männlein, Weibler. Das hier ist Jäger. Oder welche Rolle das auch immer ist. Als Frau. Und hier einmal als Mann. Alles doppelt dabei. Das ja, aber spannend, dass wir jetzt eben auch Miniaturen haben. Weil ich finde das wirklich sehr spannend. Weil mir ist gar nicht in Erinnerung, dass wir bei Robinson Crusoe irgendwie Marker auf irgendwelche Felder gestellt haben. Aber doch, wir haben immer diese kleinen Holzmarker irgendwo hingestellt. Und auch auf die... Ja, vielleicht sind das einfach... Wir werden sehen. Wir werden sehen, das sind vielleicht einfach die zwei Aktionen, die man machen kann. Und dann stellt man die immer da drauf. Da war ja was. Meine letzte Partie, Robinson Crusoe, ist schon ein bisschen her. Das wird sich aber hiermit sehr bald ändern. Vielen Dank, lieber Christian. Gerne reagiert. Wenn ihr den Kanal mögt, meine Arbeit mögt und zu schätzen wisst, dürft ihr immer gerne den Kanal supporten. Mit einem coolen Luftballon, einem coolen Sonnenbrillen. Dann haben wir hier das, genau, zwei Porns für eine volle Aktion. Da war ja was. Alle Robinson Crusoe Fans, die wahrscheinlich gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. So, dann wechseln wir hier mal wieder auf die von oben Kamera. Das hier sieht auch sehr bekannt aus. Also bisher die Elemente der Deluxe Edition, die Miniaturen und diese neuen Szenarien, die da direkt drin sind. Aber gucken wir doch einfach mal weiter. Dann haben wir hier... Oh, das ist jetzt auf jeden Fall hochwertiger, glaube ich. Das waren ja früher auch einfach so dünne Pappboards. Die sind jetzt schon auf jeden Fall deutlich dicker. Das ist natürlich super gut. Genau, Soldatin, Forscherin. Ja, auch weiterhin leider nur vier Charaktere. Die Zimmerin und der Zimmermann. Okay, Zimmerin, wusste nicht, das heißt, da die jeweilige Form von ist. Aber man lernt ja nie aus. Dann die Köchin und den Koch. Das hier gab es, glaube ich, in meiner Version von Robinson Crusoe nicht. Aber da möchte ich mich immer nicht so wirklich festlegen. Kann sein, dass es auch drin war. Eine schöne Rundenübersicht. Hier geht ja auch, liebe Verleger, Redakteure, Autoren, immer irgendwas dabei. Auch hier, sowas ist halt super hübsch. Aber macht hier irgendwelche nützlichen Informationen drauf, wo man sonst immer mal wieder in der Anleitung nachschlagen muss. Druck da irgendwas drauf, irgendeine Spielerhilfe. Das ist halt einfach geiler. Also das finden Spieler toll. Gucken da einmal drauf und denen das nie wieder war, wenn da eine wichtige, tolle Spielerhilfe ist, mit irgendwelchen nützlichen Informationen, zu was auch immer. Dann gerne vergessen, Regeln ist egal. Dann wird das viel häufiger angeguckt. Und ja, macht das gerne, gerne. Ich glaube, da spreche ich im Namen der Spielerschaft, dass das viele Leute euch danken würden. Dann haben wir hier direkt so ein Tray. Und ja, da muss ich mal gucken. Also das hier wird das Ressourcentrail sein. Welche Kameras? Wo man dann die Ressourcen reinpacken kann, sie direkt auf den Tisch stellen kann. Oftmals ist es bei solchen Schachtelinserts ja so, oder Inlays, dass es ja ein richtiges Inlay ist, wo man alles gut in die Schachtel bekommt. Aber das nicht so gut geeignet ist, um das hinterher einfach quasi rauszunehmen, auf den Tisch zu stellen und damit direkt zu spielen. Dass man das dann auch quasi direkt als Kartenhalter benutzen kann. Von daher ist so ein Insert schon mal gut, damit das nicht alles in der Schachtel rumfliegt. Aber eins, das ein bisschen praktikabler ist, wäre auf jeden Fall gut. Rundenüber sich war schon ein Basispiel dabei. Sehr gut. Dann möchte ich hier nichts Falsches sagen. Also hier unter dem Schachtelboden ist natürlich nichts drunter. Ja, dann haben wir hier die Ressourcenmarker, die halt so aussehen, Brot, Fell, Holz etc. Wir haben ein paar Sipbeute dabei. Wir haben dann hier diese kleinen Karten. Wir haben die Würfel. Wir haben dann trotzdem noch die Aktionsmarker und die anderen farbigen Steine, die man für irgendwelche Geschichten brauchen wird. Und dann halt auch einfach ganz normal die Karten. Das heißt, ja, also Insert plus Punkt auf jeden Fall. Dann die Miniaturen, die man sonst nicht dabei hätte. Das Einführungsszenario. Und da muss jetzt natürlich, also wer den Kickstarter mitgemacht hat, der wird sich ja vorinformiert haben und wissen warum. Und hat jetzt mal gesehen, was da so drin ist und wie das Ganze denn verpackt ist. Und alle anderen können natürlich sich immer überlegen, ob sie sagen, okay, das wollen sie alles. Oder ob ihnen die normale Version reicht. Wo jetzt meines Wissens nach eben nicht dieses Insert dabei ist. Dafür ist die Schachtel nur halb so hoch. Es ist ein Szenario weniger drin, weil das King Kong Szenario nicht drin ist. Und ich glaube, das und halt dieses wirklich spannende, wie ich finde, Einführungsszenario. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die das Spiel auf jeden Fall aufwerten wird. Und dann verpacken wir das hier mal wieder alles. Aber es geht ja quasi direkt weiter. Indem wir hier jetzt die Schachtel wieder drauf machen. Ist schon auf jeden Fall eine große Box. Und wie gesagt, ein Vorabexemplar. Das wird bei allen Bäckern hoffentlich demnächst ankommen und dann wahrscheinlich auf der Spiel auch zu kaufen sein. Ich lege das mal hier oben hin. Und dann haben wir hier noch was richtig Fettes. Okay, da ist auch immer gut Kram dabei. Dieser Umschlag enthält zusätzlich Materialien für folgende Szenarien. Ich hoffe ja gut, dass man das Buch bekommt und das dann wieder irgendwo anders lagern muss. Aber dafür ist die Schachtel ja auf jeden Fall fett genug. Robinson Crusoe das Abenteuerbuch. Und hier sind dann einfach noch Karten dabei. Materialien, die man braucht. Hier ist es wahrscheinlich diese Zeitung für das Livingston-Szenario. Geschichte. Nochmal Hund und Pferd als Zeitcharakter. Die kompetitiven Regeln fürs Gegeneinanderspiel. Katz und Papagei. Okay, scheinbar kann man jetzt auch auf so einem Cruise irgendwie gegeneinander spielen. Also das hat man dann hier alles dabei. Dann packen wir das mal kurz wieder ein. Und das ist eben das Spannende. Das ist jetzt hier in diesem Abenteuerbuch, das wir hier haben. Gibt es halt, ich glaube, alle Szenarien, die bisher jemals für Robinson Crusoe rausgekommen sind. Plus wahrscheinlich noch einige, die es bisher gar nicht gab. Wo dann eben auch zum Beispiel eine Familienversion dabei ist, dass man es eben auch dann vielleicht mit Kindern gut spielen kann oder mit weniger erfahrenen Spielern. Also hoffentlich auch ein paar Szenarien, die ganz gut sind, um das Ganze zu lernen. Und zwar, wenn wir da mal hier den Blick ins Buch machen, haben wir hier Droms und Crusoe das Abenteuerbuch. Kann man auch wirklich so wie so einen Roman nehmen, lesen. Wobei das wird gleich vorbei sein. Hier haben wir es dann nach Schwierigkeitsstufen oder Komplexitäten. Hoffnungsvoll, verzweifelt, aussichtslos, höllisch. Also hier die richtig harten Geschichten, die nur für die wirklichen Posts da sind. Und hier ist es halt auch so ein bisschen nach Zielgruppe. Junge, gestrandete Familien, also Sachen, die eher ein bisschen einstiegsfreundlich sind. Hier erfahrene Überlebenden und hier einfach so, ja. Alle anderen Schiffbrüchigen, Szenarien mit einigen Sonderregeln. Erfahrene Überlebende sind schwierige Herausforderungen für Robinson Crusoe-Fans. Und junge, gestrandete Familien sind Szenarien mit zugänglichen Regeln und sicheren Themen, wo man also irgendwie nicht problematische Geschichten erlebt. Hier ist es dann nochmal unterteilt nach Spieldauer, wenn man irgendwie was Schnelles haben möchte, wenn man was Großes haben möchte, wenn man wirklich einen ausgedehnten Rumpen-Son-Cruise-Abend hat und wo man hier einfach weiß, okay, hiermit sind wir den ganzen Abend beschäftigt. Das hier kann man auch ein bisschen schneller schaffen. Hier hat man es noch ein bisschen nach Genre, Schiffbruch-Abenteuer, sonderbare Geschichten, inspiriert durch Bücher oder Filme. King Kong, Zeitreise, Vulkaninsel, Arche, nochmal King Kong, nochmal Zeitreise, nochmal King Kong. Und dann so ein bisschen Dramatik, hier so Horror-Geschichten, wo wir irgendwelche Spooky-Sachen erleben und auch wirklich irgendwelche historischen Geschichten, mit irgendwie Livingstone, Nessie, irgendwelche Grabräube, Bilddiebe. Das finde ich schon mal ganz schick. Da hat man sich wirklich ein bisschen Mühe gemacht, sodass halt jeder hier das Szenario findet, auf das er gerade Bock hat, das für ihn passt und man nicht wie üblich, als jemand, der jetzt vielleicht noch nicht so mega erfahren ist mit Spielen, einfach davor sitzt und sich sagt, oh Gott, die Szenarien, Hilfe, was tue ich? Hier kommt man einfach direkt durch. Dann haben wir hier eben auch so, dass wir die Schatzinsel Junior, Abenteuer in Nimmerlande, da merkt man schon, das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen auf die Jüngeren eingestellt. Und hier haben wir oben auch mal die wichtigsten Infos, die man dazu braucht. Also hier rasantes Erlebnis für junge, gestrandete Familien, inspiriert durch Buch oder Film, während das hier im Prinzip genau das Gleiche bietet. Hier haben wir auch nochmal solche Geschichten. Hier sind wir eher im Horror-Szenario und so ist es einfach bunt gemischt. Man legt dann immer das, was man gerade braucht, auf den Tisch. Man hat hier halt einfach richtig viele verschiedene Szenarien. Also wer wirklich großartig so ein Cruiser-Fan ist, man kann die ganzen Szenarien ja durchaus mehrfach spielen. Hier ist auch nochmal das Abenteuer, dass jetzt eine Grundbox dabei ist, aber vielleicht hat ja auch nicht jeder die neue Deluxe-Grundboxen, hat auch nicht hier jetzt vielleicht sich Schatzkiste geholt. Und dann kann man hier eben jetzt wirklich einfach alles spielen. Jenny braucht Hilfe und sie ist traumatisiert. Verlorene Erinnerung, nur im Horror-Modus. Insel der Kannibalen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so. Doch, ist für junge, gestrandete Familien. Okay, hätte ich nicht erwartet. Und eine Vulkaninsel, Feuer und Eis. Also hier hat man wirklich, hier hat man einfach 144 Seiten voll mit Challenges noch, wo man irgendwelche Herausforderungen hat, die man irgendwie bestehen kann. Wenn man möchte, wo man nochmal einen Anreiz hat, bestimmte Szenarien vielleicht wieder zu spielen, um halt ein Ziel zu haben, das man erreicht und nicht einfach nur das Szenario an sich zu schaffen. Wir haben hier so ein Logbuch, wie sind wir gestorben, wo wir unsere Todesart immer eintragen können. Da gibt es auch mehrere Seiten für und hier kann man sich dann scheinbar selbst irgendwelche Szenarien entwickeln und schreiben oder wenn man irgendwelche Szenarien nicht hat, aber die dann vielleicht irgendwie sich im Internet anguckt, dann kann man das hier einfach, wenn man Bock hat, auch übertragen. Da hätte man jetzt auch sagen können, okay, wenn man noch einfach mehr Szenarien reinmachen können, aber so ist das natürlich auch ganz schick. Vielleicht wird es nochmal eine Druckvorlage geben, dass man das dann damit hier reinkleben kann. Überwältigende Unterwelt, ein Genre sonderbares, Geröll entfernen, Schupacabras und das war dann einmal alles, ja hier, das muss ich gerade nochmal hier die Türstecke ein bisschen hübscher machen. also das war einmal Robinson Crusoe Deluxe und die Schatz, das Abenteuerbuch. Jetzt wisst ihr, was ihr bekommt, wenn ihr euch das Ganze zulegt und worauf ihr euch freuen könnt. Ich kann mich jetzt auch freuen, meine Tischdecke sauber zu machen und wie gesagt, in dem Paket von Pegasus waren noch deutlich mehr Spiele. Heute gibt es ja das Highlight-Video zu Spiel plus Karls Geheimtipp von Karl, Flo und mir. Mal gucken, ob ich dann vorher danach diese Kiste auspacke und da nochmal ein Neuheiten-Unboxing mache, ob ich das morgen mache, das wir damit einfach sehen, aber hier habt ihr einmal alles gesehen, was da drin ist, weil ich jetzt nicht die ganzen Kartenpacks aufgemacht habe und die auseinandergefriemelt habe und ja, dann sage ich auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Christian für den Support und vielen Dank an alle anderen, die dabei sind, die hier reingucken, die nachträglich reingucken. Seid gerne nächste Woche dabei bei unserem Vorspiel-Event, womit wir quasi die Spiele so ein bisschen einleiten. Dann auf der Spiel, wenn wir euch auch abends ganz viel berichten, von der Spiel ganz viel berichten und dann das große, große Nachspiel-Event, das auch absolut toll wird. Hoffe ich, seid auch gerne zahlreich dabei und dann sage ich, ja, macht es gut, bis bald und tschüss. believes, Musik,